Weil wir wissen, dass durch den heiligen Hieronymus die Bibel verfälscht wurde, es wurde die sogenannte Vulgata erstellt, die Einheitsbibel für die Masse. Man hat die Tierliebe von Jesus rausgenommen, man hat die Frauenrechte rausgenommen, die Rolle der Weiblichkeit, die eine ganz entscheidende ist und war, auch für die Zukunft. Ohne die Vereinigung der Männlichkeit und Weiblichkeit kommen wir nicht nach vorne. Das dritte, was man rausgenommen hat, ist die Abschaffung der Sklaverei. Und das vierte, was man rausgenommen hat, ist die Reinkarnationslehre, die Book of John ganz explizit beschreibt. Aber ist das Book of John irgendwo erhältlich? Kann man sich das einfach irgendwo kaufen? Ja, du kannst bei Amazon mal googeln. Es gibt verschiedene Abdrücke davon mit Interpretationen von verschiedenen Autoren. Und ob man die Interpretation sich durchlesen mag oder nicht, ist hier eben selbst überlassen.